Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie sind die unbewohnten Inseln von Niedersachsens Küste. Kaum einer kennt sie. Hier ist die Natur der Baumeister, vor allen Dingen die Gezeiten, die Strömungen. Eine fast unberührte Wildnis. Ich würd mal sagen, das ist einer der Orte in Deutschland, der sich am stärksten verändert. In der Menschen nur selten zu Gast sein dürfen. Man stört hier das Ganze, aber sonst hätte man überhaupt keine Zahlen und wüsste gar nichts. Irgendeiner muss es tun, irgendeiner stört dann immer. Viele glauben, es gäbe sieben ostfriesische Inseln. Das stimmt nicht, es sind mindestens zehn. Neben den sieben Bewohnten liegen noch drei Naturschutzinseln im Wattenmeer von Niedersachsen. Die größte und älteste von ihnen ist Mämmert, zwei Kilometer südwestlich von Juist. Fünf Quadratmeter Wildnis und ein Naturschutzwart. Insel Vogt Enno Jansen betreut Mämmert seit 18 Jahren. Das sind die letzten Refugien oder Reservate für die Vogelwelt. Auf den anderen Inseln müssen sie sich ja dann mit den Einheimischen beziehungsweise mit den Menschen dann arrangieren. Und hier ist es so, dass dann diese Insel speziell für die Vogelwelt vorbehalten ist. Mämmert ist seit fast 100 Jahren Naturschutzgebiet. Seit 35 Jahren gehört es zur Schutzzone 1 des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Einer der am strengsten geschützten Naturorte in Deutschland. Menschen dürfen die Insel nur mit einer Ausnahmegenehmigung betreten. Insel Vogt Enno Jansen ist deshalb der einzige Bewohner der kleinen Inselstation. Und das auch nur während der Sommersaison. Als Naturschutzwart beobachtet er, wie sich das Leben auf einer menschenleeren Insel entwickelt. Erste Aufgabe, die Spülsaumkontrolle. Jeden Tag wandert Jansen die Wasserkante ab und notiert, was er findet. Nicht immer eine schöne Aufgabe. Ja, das geht darum, die Todfunde zu erfassen. Und es gibt da Zeigearten für Mülltod und auch für Öltod. Und in diesem Fall ist es eben Mülltod. Das ist ein Basstölpel. Der brütet gewöhnlicherweise auf Helgoland. Und ist jetzt hier angespült worden. Und wie man hier deutlich erkennen kann, hat er Netzreste um seinen Schnabel und ist deshalb verhungert. Solche verendeten Tiere gehören zum Alltag. Damit er den Kadaver bei der nächsten Runde nicht noch einmal zählt, eingraben. Mämmert ist eine von gerade mal drei Inseln vor Ostfriesland, auf denen sich nie Menschen angesiedelt haben. Während direkt nebenan auf Juist oder Borkum jedes Jahr Hunderttausende Urlaub machen, liegt hier ein Rückzugsraum für unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten. Eines der letzten unberührten Wildnisgebiete in Mitteleuropa und damit auch ein lebendiges Labor, in dem Naturforscher verstehen können, wie Wildnis sich entwickelt und verändert, wenn sie nicht direkt vom Menschen beeinflusst wird. In die natürlichen Prozesse der Insel darf Enno Jansen als Naturschutzwart deshalb nicht eingreifen. Egal, was passiert. Er ist lediglich als Beobachter auf der Insel, der so wenig stören soll wie möglich. Auch bei der sogenannten Nestkartierung. In den trockenen Wiesen im Schutz der Randdünen brüten jetzt im Frühjahr Eiderenten versteckt ihre Eier aus. Wie viele, das lässt sich nur über die Zahl der Nester bestimmen. Nur so ist es möglich, die Bestandsentwicklung der scheuen Tiere abzuschätzen. Um die Störung so gering wie möglich zu halten, betritt Jansen die Nestgebiete während der Brutsaison nur ein einziges Mal. Doch, ein Ei. Jeder Kreis ein Nest. Im Wattenmeer wächst die Population der Eiderenten seit Jahren stetig. Am liebsten brüten die Vögel an abgelegenen Orten, wie eben Mämmert. Aber dass die beiden hier jetzt so schön sitzen, das ist auch selten. Und die haben natürlich jetzt Stress, ne? Ich bin dann immer schnell weg, wenn ich sehe, zack, eintragen und weg. Natürlich ist es richtig, man stört hier das Ganze, aber sonst hätte man überhaupt keine Zahlen und wüsste gar nichts. Also irgendeiner muss es tun, irgendeiner stört dann immer und das ist meistens der Erfasser. Aber wie gesagt, ich halte diese Störungen für ganz kurz und bin dann immer gleich weg. Mit gutem Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der brütenden Tiere stabil. Doch auch die Landschaft soll sich hier ungestört entwickeln. So wie die Karrelotplate. Die Sandbank vor Mämmert wächst seit Jahren und wird vielleicht schon bald eine eigene Insel. Also da kann man dann diese Primärdünen wunderbar sehen. Ja gut, ist noch nicht grün im Moment. Also sieht alles so ein bisschen sandig aus. Aber die werden bei einer mittleren Sturmflut eben nicht mehr überspült. Und das macht sich dann auch schon für Mämmert bemerkbar insofern, dass hier die Randdüne dann nicht mehr so stark angegriffen wird, weil die Karrelotplate eben als Wellenbrecher für Mämmert fungiert, gerade bei Sturmfluten. Wind und Wasser formen die Natur vor der Küste. Keine andere Landschaft in Deutschland wandelt sich auf natürliche Art so schnell wie das Wattenmeer mit seinen unbewohnten Inseln. Land entsteht und vergeht hier draußen, ganz ohne, dass der Mensch eingreift. Mit einer Ausnahme. Vor dem Ostzipfel der Insel Wangerooge liegt die Minsener Oog. Sie ist nicht natürlich entstanden, sondern von Menschen gebaut, um das Fahrwasser für die Häfen in Wilhelmshaven und Bremerhaven zu schützen. Doch auch wenn Minsener Oog von Menschen gemacht ist und auch heute noch als sogenanntes Strömungsbauwerk fungiert, inzwischen gehört die Insel den Vögeln. Besonders die Brandseeschwalben finden hier ideale Bedingungen für die Aufzucht ihrer Jungen. Gute Fischgründe, hohes Gras, flachem Boden. Über die Jahre hat sich die größte Kolonie in Deutschland angesiedelt. Über 8000 Tiere. Menschen dagegen sind auf Minsener Oog selten. Ähnlich wie Memmert ist die Insel nur im Sommer bewohnt, von zwei Ehrenamtlichen der Naturschutzorganisation Mellumrath. Heute haben sie Besuch. Mit der braunen Mütze, Vogelexperte Gundolf Reichert vom Nationalpark. Der Weg vom Inselanleger führt direkt an der Seeschwalbenkolonie vorbei. Der beste Beobachtungsplatz allerdings liegt weiter im Inselinneren. Wenn ihr jetzt hier rüber, siehst du auch die Brandseeschwalben. Kannst du gut in die Kolonie reingucken? Oh ja, das ist ja richtig toll. Von einer kleinen Anhöhe jenseits der alten Baracken lässt sich das Leben der Tiere aus sicherer Entfernung beobachten. Brandseeschwalben brüten am liebsten in Gesellschaft. Die sitzen sehr, sehr, sehr eng aufeinander. Das sind also fast auf Hacklänge. Also jeder versucht irgendwie so weit Abstand zu halten, dass er von den Nachbarn nicht getroffen werden kann. Aber bei den Brandseeschwalben ist auch das Besondere, dass, weil sie eben so eng brüten, sie natürlich auch immer selber gucken müssen, wo ist denn jetzt eigentlich mein Partner, den ich jetzt gerade füttern muss, wo ist jetzt mein Küken. Viel Interaktion läuft über Geräusche, das heißt über Rufe und man hört also den ganzen Tag und eigentlich auch die Nacht über immer die Brandseeschwalben, wie sie rufen, wie sie einen Partner suchen, wie sie auch landen, gucken, wo bin ich hier, ne, muss noch ein paar Meter weiter und dann ihre Küken und ihre Partner finden, um dann die Fischchen zu übergeben. Wunderschönes Schauspiel. Vogel-Experte Gundolf Reichert war seit fast einem Jahr nicht mehr auf der Insel. So viele Brutpaare wie in diesem Jahr gab es hier noch nie. Schon beim Heranfahren heute Morgen, als wir angelandet sind, ist das, da geht mir natürlich das Herz auf. Das ist doch klar, zur Brutzeit an so einen besonderen Spot zu kommen. Es ist auch nicht so, dass wir permanent in diese Brutgebiete gehen, überhaupt nicht. Dieses Ruhigstellungsgebot gilt eben für alle, auch für uns. Wir versuchen das auch das Nötigste, solche Besuche zu begrenzen. Aber Vogelgeschrei in diesen Kolonien, dieses Leben, diese Vielfalt der Arten, miteinander, die Interaktion zwischen den Arten, auch innerhalb der Kolonie, das ist unglaublich. Und das habe ich selber auch gar nicht so oft im Laufe eines Jahres, aber hier habe ich es heute und das ist großartig. Und das schon an einem Ort, der eigentlich nie für Vögel gedacht war. Die Tiere haben sich die künstliche Insel aus eigenem Antrieb erobert. Ohne, dass besondere Naturschutzmaßnahmen sie hierher gelockt haben. Die ständige Veränderung zeigt sich auch weiter draußen im Watt. Die Lütjehörn vor Borkum zum Beispiel war einmal eine richtige kleine Insel. Doch seit Jahren verschwindet sie langsam in den Wellen und ist heute nur noch eine Sandbank. Ein paar Kilometer nördlich passiert das genaue Gegenteil. Die Kachelotplate vor Mämmert wird seit Jahren immer größer. In diesem Winter sind ihre Dünen zum ersten Mal nicht überspült worden. Ein Meilenstein auf dem Weg von einer Sandbank zu einer echten Insel. Doch wie es am Boden aussieht, weiß kaum jemand. Denn hier kommen eigentlich nie Menschen her. Das ist die Kachelotplate. Diehst du hier vorne gleich? Ja, genau. Die Ecke nehmen wir und dann fahren wir auf die steile Kante. Da ist ruhig, ne? Ja, genau. Das ist steil, das ist gut. Anfahrt zur Kachelotplate. Zum ersten Mal seit zwei Jahren will ein Team des Nationalparks die Entwicklung der Sandbank von Nahem dokumentieren. Die Biologin Carla Schulze, ihr Kollege Bernd Oltmanns und der Geologe Rune Michaelis haben nur drei Stunden Zeit. Ihre Mission, herausfinden, ob sich die Plate stabilisiert und ob sich neue Pflanzenarten angesiedelt haben. Das ist auf jeden Fall doch grüner, als es das Luftbild vermuten lässt, ne? Ja, unbedingt. Ich bin gespannt. Also das ist wirklich ein Schaufenster in die Dynamik, in die Wildnis bei uns im Nationalpark und weit darüber hinaus. Ich würde mal sagen, das ist einer der Orte in Deutschland, der sich am stärksten verändert, wo das zugelassen ist, dass diese Veränderung stattfinden kann, in die eine wie die andere Richtung. Im Vergleich zu Memmert oder Minzener Oak ist die Sandbank noch wenig bewachsen. Die Plate ist jung und die Natur braucht Zeit. Beim letzten Besuch waren hier gerade mal sieben Pflanzenarten. Immerhin, die schützenden Dünen sind ordentlich gewachsen. Wenn du dich mal so an die Seite stellst, dann kann ich ein Foto machen. Also ich bin 1,90. Du bist 1,90? Ja. Viel höher ist sie nicht. Wenn du dich zur Seite stellst, dann haben wir dich als Referenz drauf. Ich glaube, du musst schätzen. Ja, also es sieht natürlich noch sehr ursprünglich aus. Also wir haben ja erstmal eine Primärdüne, die sich dann entwickelt. Aber das ist nicht das Problem, aber es ist natürlich, dass sie auch irgendwann bewachsen wird und dadurch nicht mehr so wandern kann. Und wir sehen jetzt schon den Bewuchs auf dieser Düne, das heißt, sie ist nicht mehr so mobil, wie sie das in der Anfangszeit war. Und dadurch stabilisiert sich jetzt auch diese Kachelutplatte etwas, dadurch, dass die Vegetation da draufkommt. Und die Düne kann dann nicht einfach mehr so weiter wandern, weil sie immer durch die Botanik etwas gebremst wird. Das ist vom letzten Jahr wahrscheinlich, diese hier. Ja. Ich war jetzt wieder ein Stück mal zu euch gekommen, mal zu gucken, was es hier noch so gibt. Aber es ist auch nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass da was anders ist. Nein. Das ist alles noch extrem offen. Auch da in diesen Tärchen, wo dann so mehr Muscheln liegen, ist auch nichts. Die Hoffnung des Teams, irgendwo erste Ansätze einer Salzwiese finden. Die wäre die nächste Stufe auf dem Weg von der Sandbank zur Insel. Bin ich da rum schon? Was? Ne. Wo bin ich denn leergekommen? Ich bin dahergekommen. Da. Da ist die Außenplatte. Ja, ja, klar. Wir laufen einfach erst mal irgendwo los und dann zeigt es uns ja in welche Richtung. So, da. Da waren wir aber noch nicht. Waren wir da noch nicht? Nein. Du bist ja da rausgekommen. Da sind die, ja, aber noch ein Stück nach da zurück. Ja, dann da, ja, okay. Ich bin schon so weit hier rumgelaufen. Inzwischen ist die knapp bemessene Zeit auf Kachelot halb abgelaufen. Drei oder vier neue Pflanzen haben sie gefunden, aber keine Salzwiese. Dafür aber ein anderes Naturschauspiel. Im Nordosten der Sandbank hat sich eine der größten Kegelrobbenkolonien an der deutschen Küste angesiedelt. Da hier draußen keine Menschen unterwegs sind, können die Tiere in Ruhe rasten und ihre Jungen aufziehen. Das Team bleibt auf Abstand. Wie viel ist das? Das sind 200 Meter. Ich würde sagen, da sind einige Seehunde dabei, oder? Ja, im mittleren Bereich sind, glaube ich, ein paar mehr. Mhm. Beeindruckend. Aber nicht das, was sie auf der Plate suchen. Auch nach zwei Stunden fehlt jede Spur einer Salzwiese. Die Kachelot-Plate sieht biologisch noch weitgehend so aus wie vor zwei Jahren. Dünen- und zähe Pionierpflanzen. Dazu ein paar neue Arten. Aber keine Salzwiese, deren Wurzeln den feinen Sandboden stabilisieren können. Doch dann, schon auf dem Rückweg in einem versteckten Dünentälchen, die lange erhoffte Entdeckung. Hier haben wir verschiedene Quellerarten drin. Hier ist ein Queller, hier ist Queller. Und wir finden aber auch schon andere Pflanzen der unteren Salzwiese. Hier so versteckt in der Sode, dies hier, ist die Keilmelde. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir diese Pflanzen hier tatsächlich auch nachgewiesen haben. Es begeistert mich total, dass das, was wir erwartet haben, jetzt auch eingetreten ist. Es wäre auch nicht schlimm, wenn das anders wäre, aber es zeigt einfach, dass diese Prozesse ablaufen, dass man dabei zugucken kann, dass man das immer wieder auch Neues entdecken kann in diesen Bereichen, wo die Wildnis herrscht. Und ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, es macht Spaß. Das Fazit nach drei Stunden auf der Kachelot-Plate. Am Ende haben sie über 20 neue Pflanzenarten dokumentiert und zum ersten Mal überhaupt eine Salzwiese. Eine gute Entwicklung, die aber nicht weitergehen muss. Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, haben wir schon festgestellt, dass die Dünen sich stabilisieren und jetzt, wo wir die ersten Ansätze einer Salzwiese haben, kann das ja auch in diese Richtung weitergehen. Das erwarte ich schon, dass die Kachelot-Plate vielleicht noch mehr und mehr zu einer Insel wird. Aber wenn wir zwei Jahre haben, wo hier sehr harte, starke Stürme drüber gehen im Winter, dann wird das vielleicht in einem Jahr wieder sehr stark zunichte gemacht, zurückgesetzt. Also es kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Das werden sie allerdings frühestens beim nächsten Besuch in ein bis zwei Jahren sagen können. Bis dahin bleibt die Kachelot-Plate wieder menschenleer. Warum die Salzwiesen so wichtig für die Inseln im Wattenmeer sind, zeigt sich 50 Kilometer weiter östlich. Hier liegt Mellum, die dritte große Schutzinsel, wie Mämmert über 100 Jahre alt. Und wie die Kachelot-Plate ursprünglich mal eine einfache Sandbank. Heute ist die Insel drei Quadratkilometer groß und eine zerklüftete Landschaft aus Watt, Prielen und Salzwiesen. Veränderung ist hier allgegenwärtig. Wo heute Queller oder Keilmelde stehen, könnten schon nächstes Jahr Dünen aufwachsen oder das Meer zurückkommen. Eine Schatztruhe nicht nur für Botaniker und Ornithologen, sondern auch für Insekten-Experten wie Benedikt Wiggering vom Nationalpark. Hier draußen sucht er regelmäßig Tierarten, die es auf dem Festland kaum noch gibt. Diese Löcher hier überall, das sind alles Bauten von verschiedenen Insektenarten. Wahrscheinlich die Bienen, die wir suchen werden. Mal sehen. Ich habe nochmal ein Foto gemacht von diesem spezifischen Loch, weil ich das ein sehr auffälliges Brutbild finde. Hier ist frisch ausgegraben, haben einen sehr klaren Umriss. Da kann man dann manchmal gut nachfinden, was es sein könnte. Tatsächlich interessiert sich Wiggering heute aber weniger für Strandinsekten und stattdessen vor allem für Weichtiere. Genauer gesagt, die Schneckenarten in den Salzwiesen. Die verschiedenen Arten geben Hinweise darauf, wie alt das jeweilige Stück Salzwiese ist. Wir suchen gerade nach dem Mausöhrchen. Das ist eine Schneckenart, die in der oberen Salzwiese lebt. Da die dynamischeren Stellen schätzt, Stellen an denen das Wurzelwerk ein bisschen freigelegt ist von den Pflanzen. Da trifft die sich so ein bisschen in Gruppen, hält sich da auf. Haben wir an dieser Stelle jetzt noch nicht. Was wir aber haben, sind Unmengen an Watschnecken und Strandschnecken, die hier in großer Zahl vorkommen. Was aber auch immer so ein sanfter Hinweis ist, dass wir noch zu sehr in der niedrigen Salzwiese sind, also in der unteren Salzwiese. Und noch ein bisschen höher in die höheren Lagen müssen, wo die Pflanzen sind, an denen sich diese Schnecken dann gerne ansetzen. Wobei höhere Lagen einen Unterschied von ein paar Zentimetern bedeutet. Salzwiesen sind eben kein Mittelgebirge. Doch diese paar Zentimeter machen oft den Unterschied zwischen regelmäßigem Überspültwerden und trockeneren Flächen aus. Und damit einen komplett anderen Lebensraum mit anderen Bewohnern. Ah, hier haben wir's. Das ist doch prima. Gleich mehrere sitzen auch häufiger so zusammen. Das ist ein Mausöhrchen. Das ist eine ganz typische Art für dynamische Salzwiesen. Salzwiesen, die noch viel in Bewegung sind, wo man Priel durchwandert, die zeigen eben oft das Vorkommen dieses Mausöhrchens. Das lebt im Wurzelwerk von Strandaster, wie wir hier drüben wachsen haben, aber auch Strandflieder. Und hält sich da im Wurzelbereich auf, isst Algen, die in der Umgebung sind und ist ganz stark darauf angewiesen, diese Dynamik immer wieder zu bekommen, dass immer wieder Salz drin ist. Die Art kommt mit dem Salz besonders gut klar und kann sich so in Konkurrenz besser durchsetzen. Ja, das sind einfach schöne Tiere, ne? Ich lieb die ja, also ich finde das ist einfach ne ganz tolle Art. Die ist ästhetisch wunderschön, die hat einen tollen Lebensraum, die erzählt diese Geschichte mit der Dynamik. Irre toll. Es ist alles voll. Das ist das eigentliche Geheimnis der verbotenen Inseln. Das Wattenmeer ist nicht ein großer Lebensraum, sondern viele kleine Lebensräume dicht nebeneinander. Auch auf Mellung. Benedikt Wiggering macht sich auf den Weg zum Ringdeich, auf dem im Zweiten Weltkrieg eine Flaggbatterie stationiert war. Hier liegt heute die Inselstation, in der im Sommer die Ranger des Mellungrats leben. Und vor dem Deich das Wattenmeer. Eine der artenreichsten Regionen der Welt. Mehr als 10.000 Tiere und Pflanzenarten. Und alles unmittelbar in der Sichtweite der Zivilisation an der Küste. Dieses ganze Wattenmeer mit Wolken, Wind, die Tiere, das Draußensein, das Entdecken, das was finden und auch was wiederfinden ist so toll. Das ist einfach ein Zauber. Ich glaube, das ist, wenn man da einmal richtig für sensibilisiert ist, dann hört das nicht auf. Zurück auf Memmert. Inzwischen ist es Herbst geworden und die Insel vor Juist, wichtiger Zwischenstopp und Raststätte für Tausende von Zugvögeln auf der Durchreise. Auch auf der kleinen Inselstation von Enno Janssen ist kurz vor Saisonende noch ein Besucher zu Gast. Fähwunsamtig. Glatt, ja. Glatt. Nationalparkmitarbeiter Bernd Oltmanns, der vor wenigen Wochen die Kachelotplatte untersucht hat. Zusammen mit Janssen bereiten sie ein kleines Informationszentrum vor. Auch wenn für Memmert ein strenges Betretungsverbot gilt, gibt es jedes Jahr ein paar wenige geführte Exkursionen von Juist. Genau, da braucht man ja. Also es sind meistens so um die 12 bis 16 Führungen und dann jeweils mit 40 Personen. Und das wurde ja auch, es ist eigentlich schon Tradition, muss man sagen. Und hier war ja auch zuvor schon ein Ausstellungsraum. Nur das waren natürlich alles alte Sachen und nicht mehr zeitgemäß. Ein paar streng reglementierte Besuchertage im Spätsommer. Den Rest des Jahres gehören Memmert und die anderen Inseln der Natur. Und das soll auch so bleiben. Der wirkliche Wert dieser Insel ist, dass sie von Anfang an nahezu unbeeinflusst war durch den Menschen. Dass sie sich wirklich alles selbst organisieren konnte und ganz vielfältig entwickeln konnte. Und wir sollten dann auch sorgfältig hingucken, was da passiert, um davon zu lernen, um vielleicht auch an anderer Stelle wieder Renaturierungsprojekte in Gang setzen zu können. Die vielleicht spannendste Entwicklung für die beiden Naturschützer bleibt aber die Kachelotplatte direkt gegenüber von Memmert. Also, jetzt tut er nicht toll, verkehrt es. Gibt das hier nach Süden? Woher hat das hier? Ja, also die Köln von Memmert, ursprünglich, sag ich mal, wir Sau. Ja, es wurde ja schon 2004 dann als neue Insel gepriesen. Das hielt ich damals für viel zu früh. Aber jetzt, so langsam darf man davon sprechen. Also, vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann einen Bereich haben, das schwere Sturmflug mit drei Metern über Normal. Wenn dann die Dünen nicht mehr weggehen, dann würde ich sagen, jetzt ist es eine Insel. Also, das ist meine Definition. Aber da hat wahrscheinlich jeder Mensch so seine Ansichten. Wie sich die Kachelotplatte entwickelt, müssen die nächsten Jahre zeigen. Wenn die Dünen noch höher werden und die Salzwiese sich etabliert, wäre sie endgültig die elfte ostfriesische Insel.